hallo und herzlich willkommen zurück hier in minecraft so jetzt müssen wir noch die musik alles geht klar alles wunderbar und die erste aufnahme hat nämlich nicht funktioniert die ich gerade gemacht habe ich habe gerade akane sockel hergestellt oder ich habe gerade verzauerten stoff gekauft gehabt dafür brauchte man faden und wolle und ich habe diese arkanen reisestiefel erforscht wieder festgestellt habe auch dass man dafür sechs altare braucht wie man die aufstellen müssen wir gleich mal gucken in der mitte lederstiefel stoffen also herstellen aber erstmal gehen wir jetzt kurz zu unserem neuen haus das wäre in der letzten folge gebaut hatten also weiter ausgebaut hatten und wir werden jetzt mal gucken wie wir das mit den antarn am besten machen was wir brauchen sechs stück das heißt ich bin mir da noch nicht sicher wie man die aufstellen soll doch hier hinstellen was kann eigentlich sein oder steppen die dahin doch wahrscheinlich also nehmen wir es einfach mal so plump an dass sie hier hinten hören das hätten wir ja oder doch hier hin da hätten wir sechs stück weil dann nehme ich die da nochmal wieder weg ich bin mir da echt nicht sehr jetzt hätten wir sechs stück laut wild aber ja 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 ja das muss so sein ich nehme mal stark an dass es so ist da haben wir doch aber eigentlich magische kerzen oder nicht duplizieren magische kerzen würde mich auch noch mal stark interessieren wie man die baut ich weiß noch nicht wie das gehen soll da kann lampe kammer eine magische kerze sehe ich hier gar nicht kann ich hier gar nicht sehen naja gut also wir werden uns jetzt erstmal damit beschäftigen diesen stoff auf die reihe zu kriegen da haben wir noch mal ein paar schafe schlachten fair haarschäbchen damit wir an die Wolle kommen wir werden demnächst auf jeden fall wieder nochmal auf Wanderschaft gehen müssen da wir kaum noch Terra Ordnung haben äh Terra ist ja Terra ich meine Ordo für Ordnung genau viel haben wir denn jetzt acht das reicht ja nicht aus wenn wir einen brauchen wir nur das ist gut also wir brauchen zwei zwei brauchen wir eigentlich und dann reicht das doch aus so das heißt wir brauchen aber noch Leder weil wir Lederstiefel machen müssen Kühe sehe ich jetzt allerdings hier nicht dann noch mal zu unserem alten Haus zurück und dann ein paar Kühe schlachten damit wir noch ans Leder kommen werden wir mal wieder zurück reisen und ein paar Kühe müssen wir uns besorgen eine Kuh und wir haben jetzt auch ein Pferd sogar ein schönes Pferdchen ja meine Kuh hat zwei Leder wir brauchen für Stiefel glaube ich vier jetzt wollen sie uns aber keine mehr geben ne irgendwie wollen sie nicht ja der kennt ein Leder danke das ist ein bisschen schnell geht wenn wir gleich noch mal mal altes haus so gucken wir mal wir brauchen lederstiefel das waren der stiefel genau so jetzt haben wir die lederstiefel wir brauchen aber auch noch spielseite sieben sieben ich glaube oben haben wir auch noch ein bisschen was so ein bisschen was haben wir ja jetzt legen wir diese hier so hin und die wolle draus machen das haben wir gesagt wolle rein jetzt machen wir den zauberstab und drei stück jetzt brauchen wir aber noch federn etwas von federn drin sind natürlich federn am besten geeignet etwas wo federn drin sind und etwas wo reisen drin ist heißt das dahin werfen angucke soll nicht mal reisen drin reisen drin ja wo ist reisen drin das ist jetzt wieder eine super frage da muss ich wahrscheinlich mal wieder nachschauen weil ich wüsste jetzt echt nicht wo reisen drin ist wahrscheinlich ist auch hier keine reisen drin weg was könnte man mit reisen verbinden vielleicht schienen eventuell da könnte ich mal reingucken noch da ist reisen auf jeden fall drin das ist gut das heißt können schon mal die schienen verbrennen da ist reisen auf jeden fall drin das ist gut das heißt können schon mal die schienen verbrennen also wie viel brauchen wir denn am ende 25 also schon ein paar mehr brennen wir einfach mal nochmal 40 stück also brauchen wir auch wieder ein glas da haben wir noch welche von und federn werden jetzt schön federn haben wir noch vier das ist auch nicht ausreichend dann müssen wir ja hühnchen suchen noch mal das glas mit wird doch bestimmt hier glas wir haben auch schon wieder keinen platz mehr für die das heißt hier packen wir erstmal kann steine rein und das noch mit rein das ist das steine und sowas tue ich alles erstmal hier wieder mit hin so das heißt wir nehmen jetzt erstmal das mit talum das raus jetzt brauchen wir federn wie gesagt und da werden wir wahrscheinlich mehrere noch benötigen mal das nicht ausreichend Das reicht nicht ansatzweise, wir können ja mal kurz losgehen, ein paar Hühnchen suchen, ich kann nicht schlafen wenn Monster in der Nähe sind und sie haben es mal wieder geschafft meine Tür zu zerstören. Das ist wieder unglaublich, hier bösartige Viecher. Wir wollten eigentlich Hühnchen uns besorgen. Alter, es ist nicht wahr hier. Lass mich alle entreden. Oh du Zorn, geh weg! Lass mich jetzt schlafen. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Holz um eine neue Tür zu bauen. Wir brauchen den Metalltürer demnächst mal. So, anscheinend kriegen die ganzen Schaden die mit rutscheln. Das ist eigentlich nicht so schön. So, eine Tür. Mal schnell so ein paar Dinge hier reingepackt. Das gehört hier nicht unbedingt rein. Das ist eigentlich auch nicht. Mal hier hin. Passt du braun nicht rein. Ich bin immer verrückt. So. Da haben wir schon wieder viel zu viel Zeit verplempert. Wegen diesen Zombies. Und vor allem wegen den Creepern. Vielleicht kriegen wir noch ein Hühnchen. Laut Karte ist hier irgendwo ein Hühnchen. Wir brauchen noch ein Hühnchen. Wir brauchen noch ein Hühnchen. Wir brauchen noch viel mehr. Na gut, ich muss noch viel mehr benötigen. Das ist das nächste Hühnchen. Gerade ist es wieder hier. Irgendwo da. So. Ich werde vielleicht noch ein paar Hühnchen suchen. für das nächste Mal, damit wir das nächste Mal auch wieder ein bisschen was spannenderes zu sich bekommen und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen oben da, wenn nicht, dann nicht und tschüss